Ah, Mann. Es regnet schon wieder. Heute war so ein Scheiß-Tag, Alter. Ach, ich freu mich einfach nur, mich schlafen zu legen. Alter, neuer Tag. Hä? Was ist jetzt los? Und was sollen diese Sounds? Ja, und damit Jubeläum zu schau'n. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute, Leute, springen wir mal ein bisschen zurück in die alte Minecraft-Version auf eine andere Weise. Denn heute habe ich mir einfach mal gedacht, suchen wir uns mal ein Texture-Pick mit alten Minecraft-Texturen, alten Animationen und alten Sounds. Und ja, Leute, deswegen habe ich mir gedacht, aber dass es im Normalfall hier ein bisschen langweilig wäre, hier rumzurennen und die ganzen Sounds auszuprobieren, habe ich meine Sound auf 20 gestellt, dass ihr alles hört. Und damit versuche mir eine Runde Survival-Games mal ein bisschen zu zocken, ne? Mit den Sounds. Allein, Leute, gebt euch das hier mal. Passt auf. Gebt euch mal das da, Alter, Leute, wie das Minecraft-Logo 2010 noch aussah, what the heck. Oh, geht gleich los. Hier ist sogar ein YouTuber drin, Leute. So, Leute, auf diese alten Maps sogar noch, Leute. Digga, habt ihr das gehört? Man hat gar keine Sounds, man hat Sachen aus den Kisten. Hört euch mal die Sounds an. Ohne Witz, Mann. Texturen. Lol, irgendwie bugge ich gerade ein bisschen, was jetzt los ist. Diese Texturen waren viel farbenfreudiger irgendwie. Keine Ahnung, Leute. Also irgendwie gefällt mir dieses Default viel besser als das alte. Das ist ja skandalös. Was war das denn? Stell dir vor, ich wäre da reingelaufen. Das ist... Gummel. Bye, have a great time. Leute, wir springen jetzt mal ins Wasser. Digga. Es hört sich an wie damals in der Micro Pocket Edition. Oh, da vorne ist einer. Sorry, Mann. Aber jedes Mal, wenn er mich mit seiner Angel trifft, höre ich nur diesen... Jetzt haben wir ein bisschen verkackt. Digga, was ist das denn? Weiter, Mann. 2000 Jahre später. Hey, Leute, das ist jetzt irgendwie eine ein wenig größere Runde. Und deswegen werden wir uns mal die Kisten schnambulieren. Vier, drei, zwei, eins. Tschüss, Snow. Kennt sie? Okay, schon mal Eisenschwert und Gold. Das läuft richtig gut. Aber jetzt schwimmen wir mal. Oh, lol. Was war das denn? Ich habe hier schon... Uh, gehört. Digga. Hab ihn. Alter, war das laut, Mann. Oh, mein Gott. War das bei euch auch so laut? Allein, gebt euch jetzt mal diesen Sound von der Angel. Digga. Guck mal, allein deswegen, Leute. Ich denke, die ganze Zeit, jemand ist hinter mir. Fuck. Das TNT geht direkt in die Luft. Alter. Was war das denn für ein Sound, Mann? Ding ist halt, Leute. Gebt euch einfach mal das früher aussah. Das sieht jetzt ähnlich aus, aber auch nicht ganz so. Und der Cobblestone sah einfach damals ganz anders aus. Holz sah ähnlich wie jetzt aus. Die Grasblätter waren viel greller, viel heller. Und das hier sah damals auch noch komplett anders aus. Allein das hier, Leute. Sagt mir, dass ihr euch das nicht triggert. Digga, jedes Mal, wenn ihr hier in TNT hochgeht, hört sich das an wie eine Atombombe, Mann. Seht ihr das hier bei der Kartoffel? Also die hatten damals auch noch so Konturen drumherum, aber die irgendwie nicht so ganz dazu gepasst haben. Wie, wie, ich höre die ganze Zeit nur, uh, 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 uh. Tut mir leid, Leute, aber ich muss noch meinen TNT-Bus machen. So, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr habt, zeigt es mit deiner Bewertung. Das war nicht die erste Version. Also es war schon die erste Version von Minecraft. Aber von diesem Texture Pack gibt es mehrere Versionen mit der Entwicklung von Minecraft. Wenn ihr Bock habt, dass ich die anderen Texture Packs auch spiele, dann schreibt mir in die Kommentare. Lasst ein Like da, haut rein, macht's gut und ciao. Abonniert den Kanal, wenn ihr cool sein wollt.